Moin Moin, Servus und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Speed Build zum Mold King Modular Building Art Gallery. Es ist ein Video zum gesamten Aufbau dieses Gebäudes in 6-facher Geschwindigkeit abgespielt, also Videodauer mal 6 ist gleich meine Bauzeiten und es ist ein reines Aufbau Video. In Kürze gibt es noch ein kurzes Review dazu, da schauen wir uns das Gebäude noch mal genauer an. Hier wird nur gebaut. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.